So Dann wollen wir uns den Trank mal peitschen Schneesturm Wo ist Katze? Wtf ich hätte ihn Wo ist er hin? Oh, kann sein, dass ich den Nicht im Moment hab, weil ich keinen Platz mehr habe Salpeter, Nierenfett, Schwarzpulver Hat man das schon gelesen? Kann sein, weiß ich nicht mehr Doch nicht Schmeißen wir mal raus Kann ich das nicht rausschmeißen? Bruder, Schwalbe Malmstein Grundlagen der Alchemie Brauchen wir alle nicht mehr Schmeißen wir mal raus Ach, das ist doch zum Kotzen hier Ich kann hier wieder rausgehen Das ist ein dummer Trank Das ist immerhin mental gelandet bei der Nochmal Mischen Hilfe So Schicksal kann kein raus Bei dem Wetter So Da ist er Das können wir auch im Dunkeln sehen Oh So Okay Okay Gibt leider nichts Oh Kommt her Ups, zu schnell Ah Schmeißen wir dazwischen Fuck Oh Erinnerlicht Der Nächste Oh mein Aua Aua Okay, geschafft Und Stufe aufgestiegen Geil Und ich glaube hier ist ein neues Zeichen Igni Ah, das Feuerzeichen Kann man nicht Lang Obwohl es auf der Karte so aussieht Ob man die lang könnten Aber geht nicht Nö, irgendwie Das war es auch schon Hätten wir glaube ich auch so geschafft ohne Dingens Hätten wir glaube ich auch so geschafft ohne Hm Und dann von Vysima Also wenn ich nur mäßig Lust habe jetzt auf Doch nix nach Wenig Lust habe auf Dingens Auf Kämpfe Dumm Ausdruck Okay Scharm plus 10 Okay Das machen wir auch mal Das machen wir auch mal Und ich schlafen Und ich schlafe mal bis morgen grauen Oder bis Mittag Nein bis morgen grauen So Schön geschlafen Und auf dem Weg mal wieder ein paar Sachen einsammeln Ist ja klar Die Kärre ist nachgewachsen Hier doch nicht Manchmal kann man zwar pflücken Aber manchmal auch nicht Ein bisschen Seltsam Wie limitations Mit Den In 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 Ach, Kalkstein. Ja, was ist los? Oh. Oh shit. Oh. Irgendwie traf ich hier gerade nichts. Lächert es. Eine neue Bedrohung. Und ich weiß, warum wir ihr jetzt begegnen. Lambert. Esker. Wesemir. Hätte ich sie im Stich lassen sollen, um nutzlose Filter und Fläschchen zu retten. Doch den Furchtbringer zu bekämpfen hat Zeit gekostet. Zu viel, um die Salamandra am Diebstahl der alchemistischen Ausrüstung zu hindern. Es wird ernst. Sie haben mit ihren Experimenten begonnen. Der mutierte Hund war erst der Anfang. Alles wäre anders, wenn ich mit Triss gegangen wäre. Ja, schon die erste Änderung. Ich spiele von auf. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Hm, vielleicht. Ja. Ja. Zurückblickend. Hätte ich damals die Folgen geahnt. Lasst gut sein und bedenkt eure Entscheidungen wohl. Erst denken, dann handeln, ist meine Devise. Dennoch bin ich euch dankbar für die Entscheidung, die ihr diesmal getroffen habt. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Hm. Ich weiß. Ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Okay. Die Gule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen, eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam meiner jungen Frau im Inneren. Die Gule wollten sie holen. Junge Frau? Nein. Das darf nicht wahr sein. Meine Ilse? Ich liebte sie so sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilse vergiftet! Nein! Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja! Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick. Ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Gule erledigt habe. Lebt wohl. Hm. Was ist das nicht wert? Jetzt wird es ja nur noch Ono übrig. Mal schauen. Ich bin müde. Meine Liebste. Ich kann jetzt nicht gegen den Karten spielen. Ich hätte es gerne gemacht, aber... Ich... ... ... ... ... ... ... So. Dann, als nächstes, Odo? Weiß es nicht. Dann gehen wir zur Hexe. Genau. Wir müssen ja jetzt eigentlich den Trank für dich haben. Gucken, ob wir das entlocken können. So. Hexe. Ab ins Hexenhaus. Was wollt ihr? Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail. Ich habe Angst. Warum haben sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich. Gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder. Wird ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut. Böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut. Zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold. Die Bestie ist geboren. Der Tod. Das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr endlich schon einmal erlebt. Sie fürchte den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid? Und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich ja beigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail. Brecht die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären. Verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hin fort. Ich bin müde. Alwin ins Bett mit dir. Geralt. Ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Okay. Ich werde ein Trank Silbertalent. Höhenhundbestien. Okay. Ist ja noch mehr. Okay. Okay. Oah. Jetzt nicht alles vorlesen. Ist das doch nicht alles so wichtig. dich.